Wir machen heute die allerbeste Carbonara. Völlig klar ist natürlich, dass unser Speck halal ist. Und wie einfach unsere leckere, cremige Spaghetti Carbonara zu machen ist, zeige ich euch jetzt. Bitte achtet mal, wie schön unser Speck ist. Den schneiden wir in kleine 1 cm Würfel. Völlig klar, für den besonderen Flavor brauchen wir geriebenen Parmigiano. Jetzt geben wir noch Eigelb hinzu. Wichtig ist, um die Salmonellen Gefahr zu verringern, frische Bio-Eier zu nehmen. Und das Ganze wird verrührt, bis das so aussieht. Während unser Speck im eigenen Fett bratet, kochen wir unsere Spaghetti auf. Nun kommt unsere fertige Spaghetti zu unserem Parmesan-Einmischung mit etwas Nudelwasser. Und weil ich Profi-Koch bin und ihr keine Ahnung habt, zeige ich euch einen Trick. Herd erneut anmachen und dann die Nudeln über Wasserdampf schön cremig rühren, damit das genau so aussieht. Guckt euch das an! Zum krönenden Abschluss kommt unser geschmolzenes Fett aus dem Speck mit in die Pasta hinein. Und dann habt ihr die beste Carbonara der Welt. Lasst es euch schmecken!